Hey Leute, ich bin's wieder, euer MrOverload. Heute geht's mal wieder darum, dass ich euch wie jede Woche ein Geschenk gebe. Dieses Mal hat Itz Records gewonnen. Ja, leider ist er jetzt nicht da, also hat mich zu spät geaddet, weswegen ich ihm jetzt noch nicht seinen Gewinn geben kann, nämlich das Lufthorn oder halt, wenn die zwei Tage vorbei sind, seinen Gewinn. Das Ganze werde ich auch nochmal aufnehmen und auch ins nächste Video noch schneiden. Ja, daran sieht man auch mal wieder, edit mich früh genug und ihr könnt euren Gewinn schneller bekommen. Er wird den Gewinn nach diesen zwei Tagen auf jeden Fall bekommen und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hmm. Relax, Cusey. What the fuck? Warte mal. Ey, ey, ey. Guck mal weg. Guck mal, guck mal wie ich. Nein! Guck mal zu mir, guck mal zu mir. Guck mal in die Richtung der Kamera. Ey, yo Leute, ich bin's wieder, euer MrOver. Ey, yo Leute, ich bin's wieder, euer... Kannst du auch von mir? Ey, yo Leute, ich bin's wieder, euer MrOverload. Heute machen wir mal ein... Waaat! Ey, yo Leute, ich bin's wieder, euer MrOverload. Heute machen wir mal wieder ein neues Projekt, nämlich Minecraft Border. Ihr seht schon, wir sind hier in einer mini, mini, mini Border. Und das Einzige, was wir haben, ist diesen Holzstamm und dieses komische Teil. Was willst du? Etwas. Uff. Ja, Leute, das ist der liebe Yannick. Und ja, mit ihm werden wir das ganze Projekt durchziehen. Bei jedem Achievement drücken wir den Knopf hier. Und ja, das erste, was wir jetzt brauchen als Spitzhacke, für das erste Achievement... Mach mal bitte, ich mach Workbench. So, das packen wir dann, Schurz. Willst du den ganzen Baum abbauen, oder? Ja, das müssen wir gleich noch gucken. Ey, es wird direkt nach, Yannick. Wir müssen direkt nach unten. Äh, du wolltest bauen, ne? Ja. Ich bau uns direkt mal zwei Schworter. Ich mach zwei. Ich hab schon ne Picke. Ich hab für uns beide schon. Puck, 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 puck. Okay. Well, excuse! Du bist so dumm. Du bist ja so ein Genius. Klau? Wir müssen warten, bis die ersten Mons da kommen. Weiß das Ding. Halt, schneid ich jetzt mal raus. Du bist so ein... Sag jetzt nicht, du hast es bis ganz nach unten gemacht. Nein. Ich schneide den Teil raus. So, Leute, nach diesem kleinen Fehlschlag brauchen wir erstmal hier weiter. So, und wir können zweimal erweitern. Eins. Und... Zwei. Jetzt haben wir endlich mehr Platz. Und haben wir hier unsere netten Mons. Ich... Vielleicht bin ich nicht weizen. Ja. Wir müssen direkt auf Essen. Ich hab einen. Ich auch. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Dann können wir... Vier. Ich hab drei. Ja, wir müssen halt ans Wasser. Was ist das nächste Achievement? Technischer Fortschritt, oder? Äh, Steinspicker. Ja, ja, okay. Ja, Leute. Ich hab endlich wieder einen neuen Skin. Ich werd meinen aber noch mehr updaten. Einmal Knopfdrückern. Ich hör direkt wieder Zombies. Einmal Head Outer hier. So. Tipp, ich würde keine Sachen... Hast du schon erweitert? Tipp, ich würde keine Sachen sagen, die Copyright geschützt sind. Weil ich sonst extrem lange schneiden muss. Oh ja, ich hör hier. Ich hab ein bisschen Cave, oder so. Ja. Ey, aber so weit entfernt sind wir gar nicht mehr. Weil hier ist Cola. Neues. Ähm. Komm mal zu mir runter hier. Ja, gib mal ein bisschen Stein, please. Ich würd sagen, wir bauen direkt irgendwie ein Haus. Ich würd erst mal eine Frage machen. Ja, aber erst mal so eine Art Bunker oder so, wo wir erst mal überleben können. Falls zum Boost und so weiterkommen. Und ausleuchten. Ja, ausleuchten. Hier alles. Ausleuchten wieder. Das Ganze mal hier wieder zu. Hier wieder runter. So, jetzt sind wir erst mal sicher wie Nacht. Erst mal bei der Abbau. Oh, oh. Oh, oh. Goldstein, ne? Mach mal ein Ofen. Das sieht einfach aus. Peppt auf. Hier. Danke. Ich mein weiß nicht. Ey, items werden... Nicht... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, das war's. Items werden übrigens blocken. So, direkt auf Kampf erstmal Ofen gemacht. Und jetzt einfach wegen Symmetrie. Einfach wegen Symmetrie hab ich mir jetzt noch eine Werkbank geholt. Man hat ja sonst nichts anderes. Wichtiges. Hm, vielleicht. Zombies. Oh, ich hab die Cave. Zeig mal. Warte, warte. Immer weg, immer weg. Creeper zu stören. Noch. Ab dem... Ab dem... Ab dem... zweiten Tag, den wir überlebt haben, werden die Creeper nichts mehr... Oh, mein Gott. Ich hab Angst. Ich hab grad sau Angst. Ich brauch Hilfe. Hey, da ist ne Mine. Und ne Slime. Oh, mein Gott, wir sind im Slime-Chunk. Wir sind im Slime-Chunk. Nein! Also, Jan, du bist der beste Minecraft-Spieler, den ich nie gesehen hab. Well, excuse me! So, mein Genius. Können wir schon... Ja, wir können schon, als Wasser. Ich mach... Ne Schaufel. Ey, das ist ne Doppelhöhle. Lucky, man. Wow! Well, excuse me, what the fuck? Guck mal, du bist schon zweimal gestorben. Das schneid ich raus. Das werde ich nicht rausschneiden. Einfach, weil ich kein asozialer Mensch bin. Alle sehen, erweitern. Ja, warte, ich bau das auch nochmal ab. Und dann setz ich auch nochmal hin. So, einmal gedrückt. Und das zweite Mal kommt jetzt auf. Ja, der ist gut. Der ist gut. Oh, ja, das schmeckt mir. Hast du Körner? Weizenkörner? Nein! Ich bin grad gestorben. Ja, nix. Ich hab kein Weizenkörner. Hast du wenigstens deine Sachen wieder geholt? Nein. Genius. Ich lauf ja grad runter. Digga, hier sind gefühlt eine Million Creeper und Splatter. Ja, das ist aber, das Gute ist, wir haben das. Da sind 80 Millionen gefühlt. Oh, ich wär fast nicht mehr runtergefallen. Mir hat ein Block gefehlt und ich wär runtergefallen. So, bauen wir hier. Schön wieder den Baum ab. So, Leute. In der Zeit, wo wir hier jetzt den Baum abbauen, würd ich nochmal gern ein bisschen Werbung machen. Nämlich, heute haben wir wieder mein Stream aktiv. Ich werd hier öfter streamen. Ich werd jeden Sonntag streamen. Und davor noch ein Video hochladen. Und erster Link in der Beschreibung, da könnt ihr mich supporten, da ich derzeit viel lernen und so weiter muss, da jetzt auch mehr Schule ist und so weiter und so fort. Muss ich jetzt irgendwie anders Geld verdienen, weil ich jetzt einfach keine Zeit für einen Job mehr hab. Und ja, deshalb, wenn ihr wollt, könnt ihr mich dazu supporten. Es ist kein Muss. Ich kann dann auch öfters Videos hochladen. Ja, also, es wird mir echt zu Gute kommen. Hunger wird jetzt schwierig, ne? Ich hab einen, einen Hungerbalken verloren. Hab direkt einen Setzling wieder. Uff. Apfel. Lass den lieber sparen. Oder wie viele Hungerbalken hast du? Drei. Dann, dann ist der ja. Ich kenn die ja. Stöckchen. Wir brauchen halt irgendwie Skeletze, die da unten rumcampen. Ja. Lass mal, lass mal Stück für Stück einfach runter bauen. Siehst du, guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier runter. Yannick. Da ist ne Party, da geht ne freaking Party ab. Das ist mehr als Party. Das ist Spider-Spawner. Der Enderman, warum ist der Enderman sauer? Yannick, was hast du getan? Weiß nicht. Ach, der ist wahrscheinlich in Wasser gelaufen. Angefunden hab ich. Oh mein Gott. Hier sind grad Sachen explodiert. Äh, wo gab's noch mal den... Ich find dumm. Fort... Äh, wir brauchen Eis. Da explodiert grad scheiße viel. Hab's fast bis nach unten geschafft. Aber nur fast. Hast du noch Fackeln? Richtig low. Anderthalb Herzen. Das Glätter hat mich so richtig schön gedämmelt. Ey, ey, komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm rein. Ich hab ne Blume für dich. Nein? Okay. Mann, wir müssen den hier reinkriegen irgendwie. Warum? Dann haben wir ein persönliches Shot Shield. Vielleicht wird er jetzt erstmal... Oh nein. Ich muss in den Haus schlafen. Lauf, ich geh ins Wasser. Geh mal ins Wasser, geh mal ins Wasser. Ich hab einen, den hat ich. Hab ihn auch gemacht. Hände frei. Ja, moin. Wir kommen von alle. Wir kommen. Wir haben ja nicht Spaß gemacht. Ups. Ich glaub, den Endermändern geht's nicht gut. Haha, wie nimmst das, wenn ich mich... Warte, hier ist Fisch. Nice, nice, nice. Wie kommt das Zombie hier hoch? Janik? Ja, ich komm. Ha! Oh mein Gott, er ist drinnen. Er war drinnen. Er war drinnen. Expirated. Warte, lass mich stehen. Ich hasse dich. Ich hab ne Endermänder gehört. Ey, gimme mal was Fischers. Auch Fischers. Warte. Ich hab almost den. Mein Mann, muss ich ihn da tun. Ich nehm mir mal ein bisschen... Ich nehm mir mal die Hälfte. Ich nehm mir mal ein bisschen Kohle mit. Okay, jetzt hab ich nur noch frei. Hummer bei mir verloren. Geil, 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 geil. Mehr Fische. Außen gut Fische, Jürgen. Ja, lecker. 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 Okay, luncha, 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 luncha. Oh, oh, fuck. Das wär so knapp grad rausgegangen. Neunzig Millionen. Oh, 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 oh. Ich kann ein Krieg. Leut, hier ist einer Bone-Mail getropped. Ganzhaft? Wo? Jo. Nice. Ha! Ihr kriegt meine Items. Oh mein Gott. Ist hier viel Bone. Sind hier viele Bones. Wie? Wie hab ich jetzt Gift bekommen? Echse? Hier ist halt keiner. Maybe. Well, excuse me, what the fuck. Okay, wir brauchen noch ein paar, drei Achievements, dann sind wir bei den Wailers. Oh, der End-Kolim ist drin. For real jetzt? Ja. Neues. Nicht Neues. Ich will halt eigentlich den Creeper daumen, schrägern. Aber ich hab hier noch drei Fisch oben für dich. Ja, ja. Ich leb hier noch. Also wir haben hier unendlich Fisch. Nicht so geil. Ich hab alle gekillt damit. Ich, 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 ich lauf die ganze Zeit runter und lass mich von Freakern killen. Erstens, weil ich meine Items will, zweitens, weil ich einfach nur Spaß daran hab, sie zu kehren. Also wir haben hier richtig viel Fisch, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Das war jetzt nicht mein Plan. Leute sind hier drin, Ehrenmenschen. Hast du schon getriggert? Was getriggert? Wegen was? Den, äh, für das Ertiefen, was ich eben gehabt hab. Für welches? Äh, Gärtnerdings. Leil, ich hab ne Schallplatte bekommen. Gehre, ich komm mal mit runter. Ja, ich bräuchte grad ne Fizzle Hilfe. Well, excuse. Wo soll ich hin? Komm mal mit hier. Sonst kriegst du viel Damage. Junge. Explodier, Creeper. Egal, ich will. Warte, ich erweitere mal den Ertiefen, weil ich hab gerade das Ertiefen. Oh, lol. Nicht mehr weit, dann haben wir schon das Willigerdorf. Jan, läuft! Jan ist gelaufen. Ich hab deine Items, Ega, auf fünf Sekunden noch eingesammelt bekommen. Mach. Äh, wir müssen irgendwie den Spawner wegkriegen. Ja, wir müssen irgendwie den Spawner wegkriegen. Äh, die Spinne ist boosted, Junge. Jan muss laufen. Boah. Boah, passt auf. Ist der, ist der Creeper, der grad bei unseren Items lag, dich spilliert? Irgendwie müssen wir den Spawner wegkriegen. Ja, wir müssen irgendwie den Spawner wegkriegen. Es geht noch weiter runter. Ich geh mal ganz nach unten. So schön. Ah, ja. Alter. Du Scheiße. Ja, genau das denk ich mir. Egal, ich hab die ganze Zeit diesen Kack-Partikel-Zeug bei mir. Ich weiß nicht warum. Wir sind auf jeden Fall Wipps. Habt ihr schön, Spinan. Ich kümmere mich mal wieder um unsere Items. Irgendwie mal ein bisschen näher. Ach, Digger, die Spinnen sind so boosted. Scheiße, Cave Sp- Cave Sp- Jan kümmert sich wieder um unsere Items. Jan verpisst sich. Jan ist richtig lau. Nein, das war's so. Nein, 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 nein. Jan hat all unsere Items im Preskelett. Jan hat halbiges Herz. Jan hat überlebt. Mir geht's gut. Halbes Herz? Nein, Janik! Bleib weg! Ich geb dir deine Items! Okay, nicht killen, nicht killen. Du bist so ehrenlos. Junge, da waren all meine Items, all meine Fäden und so. Alles! Ich mach aus den Knochen Bone Mehl, ne? Well, excuse me, da war noch mehr bei. Warte, hier. Das war meins. Da war eine Steinspitzhacke dabei. Verschmeins. So. So, wir haben jetzt Bone Mehl. Ehre, der Eisengolam beschützt mich jetzt noch. Haben alle keinen Beruf, Digger. Arbeitslose Penner. Und das nicht auch. Den läuft nicht. Du schaust? Ja, die Farm ist vergeben. Wir müssen irgendwann demnächst die Farm erweitern. Lass mal Brot machen gleich. Hallo, Tintenfischers. Du bist ein totes Tintenfischers. Inks Sucks. Hallo, Tintenfischers. Du bist ein totes Tintenfischers. Inks Sucks. Ich hab aus Versehen den Golem gehitzt. Ich hab aus Versehen den Golem gehitzt. Golem? Sorry. Und? Keanu Reeves stirbt in Endgame. Janik, hast du gehört? Keanu Reeves stirbt in Endgame. Ja. Äh, warte, Jan, ich muss kurz. Ich muss kurz runden. Ich sprung gleich. Ich bin mal D. Ich bin mal D. Ich bin bald. Ich bin jetzt noch ein Jin, aber so. Ich bin halt. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Geht dich. Ich bin ein Häuf. Ich bin echt begeistert. Ich bin ganz begeistert. ja ja Also ich hoffe, dass wir jetzt noch etwas nicht haben. Aber jetzt noch eine ganze Menge, die wir jetzt hier noch mal wieder rein und dann noch ein bisschen weiter rein. Also, das ist mir schon schön, das ist mir gut. Wohin! Das ist mir absolut... Halt, ich kieße mich, was ich da? Ja, boi! Ah! Ja, boi! Ja, 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 ja. Oh ich gibt auch eine Baby-Version! Okay, ich hab jetzt auch schon ein Problem. Oder nicht? Ehm, so will ich jetzt auch eine Baby-Version? Das ist mir! Oh, wow! Okay, wir haben die Nammkopf jetzt. Okay, wir haben die Nammkopf jetzt. Ah ja, wir konnten ja erweitern. Tada! Und wir konnten einmal erweitern. Oh mein Gott, endlich noch ein bisschen. Machst du nur? Ja. Okay, gut! Erste Kuh! Die macht nur! Ja, das ist gut! Sonst enden wir! Ehh! So, was wollen wir jetzt weiter holen? Und erstmal wieder abbauen. Alter, was haben wir hier angeklafen einmal? Das, das, das. So, du. So Leute, das war's mit dem ersten Part. Ja, ich weiß, etwas kurz geraten. Aber der Typ hier muss jetzt mal weg. Hier! Also, cheer! Re! Oh Leute! Ciao! Ciao! Okay, ciao. How are you doing? Untertitelung des ZDF, 2020